Seit wann lebst du hier? Ich lebe seit 5 Jahren in der Zürich West. Und wieso bist du hierher gekommen? Weil ich mit meinem Freund einen geeigneten Ausgangspunkt gesucht habe, weil beide an verschiedenen Orten gearbeitet haben. So dass beide den gleichen Arbeitsweg haben, haben wir uns für Zürich entschieden. Was ist dein Lieblingsrestaurant, wenn du am Mittagessen essen? Dann gehe ich gerne ins Limmat-Läden, eine frische Suppe holen. Das ist die beste Variante für einen guten Mittag. Und am Abend? Am Abend gehe ich gerne ins Lilis. Oder ich lebe einfach mal die Heidlich-Strasse oder die Josef-Strasse darauf und entscheide mich spontan für eines der vielen Restaurants. Was ist deine Lieblingsbar hier in der Zürich West? Lieblingsbar? Schwierig. Ich habe lieber ein gutes Nacht und ein feines Glas Wein. Und wenn ich etwas trinke, dann verkomme ich die Wein noch am Limmatplatz. Was ist dein Lieblingsshopping-Lokal? Da gibt es mehrere. Ich finde die Schulläden an der Landstrasse sehr gut. Die Movida-Schullounge oder das Vreni- und Peter-Schuh. Das sind so meine heimlichen Favoriten. Was bedeutet für dich die Zürich West? Ich finde es schön, dass ich jegliche Möglichkeiten in diesem Quartier habe. Erholung. Aber trotzdem, dass ich kein Autohandy immer sehr schnell auf verschiedenen Plätzen bin. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Schnell in der Seite vorne, aber eben auch schnell wieder draussen. Wenn ich jetzt neu da wäre, was würdest du mir empfehlen? Was ist dein Geheimtipp? Mein Geheimtipp? Ich würde einfach mal an den Floss laufen. Also ich denke so zwischen der Limmatplatz und der Esterweissplatz in diesen kleinen Quartiergässchen. Es gibt wahnsinnig viele schöne Sachen zu entdecken. Ich finde manchmal etwas. Danke. Geräusch hoch